Achtung! Protektoreinheiten. Im Falle einer Krisensituation oder eines feindlichen Angriffs. Ruhe bewahren. Umgebung vorsichtig mit Kartografie-Modul erkunden. Technische Infrastruktur wenn möglich wieder instand setzen. Kriegswichtige Ressourcen wie Munition und Reparatur-Material sparsam einsetzen. Im Falle eines Versagens der Befehlskette. Stets die Notwendigkeit von Kämpfen vorsichtig abschätzen. Häufige Laufwege sichern. Inventar vorsichtig verwalten. Regierungsdokumente archivieren. Denke daran. Nur gemeinsam können wir die Sicherheit unserer Nation gewährleisten.